Mein Name ist Joe Xun Huang. Ich komme aus Taiwan und leite Nano-Optik-Forschung am Leibniz IPHT in Jena. Wir erforschen, wie Licht und Materie im Nano-Bereich zusammenwirken. Dazu entwickeln wir wenige Nano-Antennen für Licht. Sie sind etwa 100 Meter klein. Das ist 10 bis 100 Mal kleiner als Bakterien. Mit ihnen könnte man z.B. steuern, in welche Richtung ein Molekül Licht aussendet, oder Solarzellen effizienter machen, oder spektroskopische Messungen verbessern. Wir forschen in Vielfalt an Lösungen mit Licht für nachhaltige Energie. Wir müssen in der Zeitstift machen. Wir wollen eine Weibliche Forschung, um eine neue Energie zu ermöglichen. Wir wollen die Strom-Nächtung von Lichtern herbegeven. Wir wollen die Strom-Nächtung von Lichtern ihre Strom-Nächtung von Lichtern und Kronen. Wir wollen die Strom-Nächtung von Lichtern